Boah, nervig. Jetzt ist doch noch irgendwas... Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, am besten ist es, den Raketen in letzter Sekunde auszuweichen, wie es aussieht. Hä? Oh. Oh. Oh mein Gott, ey. Kommen wir bald zum Ende, oder? Wie sieht das hier aus? Ich habe mich jetzt an den Gegner entgegengeworfen, wie es hier... Oh, boah. Oh. Ich habe da mal drauf geschossen. Komm hier, fall da mal runter. Und? Gegner? Keine Gegner? Keine Gegner. Oh, Gegner! Was war das denn? Oh, ich komme hier nicht weg. Was? Babys mit Flügeln? Äh... Unendlich viele Babys mit Flügeln. Wespen. Oh. Glückwunsch, was der erste hat angreifen können. Ah, komm, gehen wir nochmal zurück. So. Jetzt aber. Keine dicken Zombies. Oh mein Gott, was war das? Wo? Ja. Ah, ich bin gar nicht nach rechts gekommen. Hm, hm, hm. Alles meins, alles meins. Äh, hierher. Jetzt mal komm ich mal gegen den. Und dann noch die. Wie kriegt das nicht mehr so gut hin mit dem Ausweichen? Oh, da unten ist auch wieder alles verseucht. Und voller Monster, wie es sich anhört. Aber ich hätte doch hier so lecker, ähm... Handgranaten. Sollen wir nochmal ein paar von runter werfen? Die habe ich ja vorher noch nie benutzt. Hä? Wofür wollte ich nicht? Das sind nur Killer, Baby. Keine Ahnung, wieso? Hä? Ach, die hier. Und schon wieder so viel auf dem U-Boot. Wollt, verlad. Das hört sich nicht nett an. Ich nehme mal besser eine andere Waffe. Oh, das ist 241 Schuss schon wieder. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Oh, das ist ja noch einer von. Verdammt. Oh, oh. Ich stirb da endlich. Kann ich so schwer sein zu sterben. Das schaffe ich doch auch dauernd. Ah, einer weniger. Wo ist der andere da hinten? Ich stirb da noch einen. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ah, hier. Oh. Oh. Halt die Kacke. Das sind auch noch Killer, Baby. Der Vernichtung. Jetzt reitet aber wohl. Oh, hab ich ja gar nicht mal so viele Munition verbraten. Ich will mehr so eine Lebensenergie. Ähm, von da bin ich gekommen, ne? Glaube ich. Ne, ich bin von da. Äh, weiß ich nicht. Hier, Herr Fajon. Wie lacht denn jetzt hier schon wieder? Warum nicht das normale Lachen? Falls mir das normal bezeichnen kann. Ich will hier weg. Ja, ja. Ach du Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Lass mich hier durch. Wo muss ich hin? Verdammt, aber... Ah, hier, dritt. Oh, one of three? Ah. Hier, ich wollte... Platt. Übersehen. Sehr schön. Tja, und direkt kommen Monster. Ah. Die durch Wände schießen können mal wieder. Speichern. Okay. Speichern. Okay, schütttern. Da kann ich also durch. Die sind mit... Hä? Ach so, hier war ich schon. Kann mir ja nichts passieren. Außer, dass ich mich total verlaufen mal wieder. Ich hier schon? Ich weiß halt gar nicht. Oh, wahrscheinlich laufe ich wieder komplett im Kreis. Aber ich musste ja, glaube ich, sowieso wieder zurück, ne? Ja, ich glaube, ich muss sowieso wieder zurück. Aber... Wohin bis zurück? Muss ich wieder da durch? Ja, denke ich. Hm, Moon Whale. Äh, ich glaube, das war ich sogar. Okay, ich glaube, ich komme voran. Help me? Ich glaube, ich glaube, das war ich jetzt nicht mehr. Wat? Ja, ich sag mal, okay. Ja, dann fahren wir doch mal ein bisschen Zucht durch die Gegend. Kann ich hier durch? Ne. Äh. Zack. Wir... Wer spricht denn hier? Egal. Hm. Aber schön, dass der Strom noch überall funktioniert. Außer da, wo ich herlaufe. Aber die Lampen sind alle nur kaputt. Einmal an? Ne. Ah! Boah. Junge! Ich bin hier auf der Tränen, für meinen Partner. Ich bin hier auf der Tränen, für meinen Partner. Er ging um herauszufinden, was passiert ist, was passiert ist. Und ich habe nicht gefragt, ob es nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich weiß nicht, was er ist, was passiert ist, für Ihre Sicherheit. Aber ich glaube, es hat uns mit den Artefacken, die wir in Site 2 befinden. Jetzt in Site 2. Ich glaube, dass sie irgendwie mit diesen... ... Dingen in der Delta-Konfläche verbunden sind. warte mal du hast jetzt die ganze zeit hier gesessen warum bewege ich mich die ganze zeit von links nach rechts verstehe ich nicht na ja also er muss zeit sie oder was hat er gesagt oder komplexi oder vor ach ich weiß auch nicht mehr warum ich jetzt plötzlich eine andere waffe auf jeden fall muss ich hier glaube ich hin für artefakte hat ja ein penis im arm oh mein gott du fixer mein gott als auf einmal ich kann nicht mal zurück ist denn hier boxen umlaufen wo kann die denn schon wieder her verdammt die unten darunter wenn hier unter sonst ist hier nichts gut speichern hoh 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 Access RAM, airlock malfunction detected.